Leute, das schaut wirklich schlecht aus. Wenn ihr euch diesen Chart hier anschaut, Schulden, Schulden, Schulden und vor allem hier die Amerikaner, die USA, die ausgibt, wesentlich mehr ausgibt, als sie einnimmt. Und warum gerade das aktuell zu einem großen Problem werden könnte, das erfahrt ihr heute in meinem Video bei Rette Dein Geld mit mir, Matthias Reda. Bleibt dran, es wird spannend. Ja, und dieser Chart, den ich von Charlie Bilello wiedergefunden habe, auf Twitter ein super toller Chart-Techniker oder Chart-Nerd, der zu allen möglichen Dingen dauernd Charts produziert. Und da sieht man sozusagen die Entwicklung. Und er hat einen Chart gebracht. Man sieht das hier oder hier besser gesagt, dass es um eine Linie geht. Und zwar, wer die Geschichte kennt, in Amerika ist es bis dato immer ein wenig tricky gewesen. Die haben so eine Schuldenobergrenze. Und wenn diese Schuldenobergrenze erreicht ist, dann streiten sozusagen die politischen Kräfte, Demokraten mit Republikanern. Darf man jetzt mehr Schulden machen? Muss man nicht mehr sparen? Dann gibt es diese Shutdowns. Das heißt, die Bundesbediensteten werden in den Zwangsurlaub geschickt, damit sie nicht bezahlt werden müssen. Der Staat schränkt seine Leistungen ein, um hier sozusagen diese Schuldenobergrenze nicht reißen zu müssen. Und das hat man außer Kraft gesetzt, diese Schuldenobergrenze. Und das war im Juni des Vorjahres, also hier angezeichnet am 2. Juni 2023, haben sich die politischen Kräfte in Amerika darauf geeinigt, dass es bis auf Weiteres, da war gerade die Bankenkrise etc., also es ist immer eine Krise, die dafür herhalten muss, argumentativ, dass man sozusagen diese Schuldengrenze ausgesetzt hat. Also nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Und was passiert dann, wenn die Politiker plötzlich Zugriff auf den Geldtopf bekommen? Tja, dann passiert Folgendes, dass nicht mal in neun Monaten 3000 Milliarden US-Dollar neue Schulden dazugekommen sind. Von aktuell, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, von knapp 31 Billionen, also 31.000 Milliarden auf über 34.000 Milliarden. So, und da habe ich auch ein paar Horrorzahlen noch mitgenommen aus dem aktuellen Artikel bei Rettet ein Geld. Und zwar, ja, 20 Prozent dieser Schulden, dieser 34 Billionen oder 34.000 Milliarden US-Dollar, die wurden die letzten drei Jahre angehäuft. Ja, und jeden Tag kommt so durchschnittlich 10 Milliarden US-Dollar an Schulden bei den Amerikanern mit dazu. So, und was passiert jetzt? Wir haben ja nicht sozusagen kein Nullzinsumfeld mehr, sondern die Amerikaner müssen dafür auch Zinsen bezahlen. Und das nicht so knapp, das Jahr 2023 erstmalig über 1000 Milliarden. Das heißt, die Amerikaner mussten eine Billion an Zinsen bezahlen für diese 34 Billionen, die sie an Schulden haben, Tendenz weiter steigend, weil natürlich die langlaufenden Staatsanleihen, die noch günstig, mit einem günstigen Coupo oder Zinssatz draußen sind, jetzt laufend durch die höhere Zinsniveau ersetzt werden müssen. Und damit kommt auch, übrigens auch gilt für die Eurozone genauso, für Österreich, Deutschland etc., damit kommt sozusagen dem Schuldendienst eine höhere Zinslast zu. Auch natürlich in absoluten Beträgen, vor allem, wenn man sich nicht an die Schuldenobergrenze hält, so wie hier bei den Amerikanern. Aber da könnte man ja jetzt sagen, alles überhaupt kein Problem, weil was sind schon diese 3 Billionen, diese 3.000 Milliarden mehr, die drucke ich halt sozusagen einfach in der Druckerpresse, in der eigenen sozusagen, in der Fettpresse, weil die Schulden in der eigenen Landeswährung sozusagen, die kann ich mir ja sozusagen noch unter Kontrolle halten. Und so ein Binsenbeispiel, wenn ich sage, okay, 3.000 Milliarden mehr Schulden, die mache ich halt einfach am Papier, mehr Schulden und die 1.000 Milliarden, die ich dann Zinsen zahlen muss, die bezahle ich dann sozusagen gleich mit den neuen Schulden. Ja, das wird wahrscheinlich auch so passieren und ist wahrscheinlich auch so passiert. Ja, dass das Ganze sozusagen nicht mehr die Waage sich hält, ist auch logisch. Und da habe ich die nächsten Zahlen für euch. Die Amerikaner haben 2023 sage und schreibe 7.900 Milliarden für den Bundeshaushalt eingenommen, das heißt an Einnahmen, an offiziellen Einnahmen, aber die Amerikaner haben auch 10.100 Milliarden ausgegeben. Das heißt, da ist eben gerade diese Lücke von fast 2.200 Milliarden alleine nur in einem Jahr. Das heißt, der Bundeshaushalt der Amerikaner ist total durcheinander und es hält sich dort niemand mehr an irgendeine Budgetdisziplin. Übrigens, das war auch schon vorher so. Also nicht nur die Demokraten und der Joe Biden, sondern auch der Donald. Der hat auch fleißig ausgegeben, gell? Anscheinend dürfte das ein bisschen eine Politiker-Krankheit sein, wenn man sehr nahe am Geldtopf, am Fiat-Geldtopf. Fiat bedeutet ja lateinisch es werde bzw. es geschehe. Das heißt einfach, es werde Geld. Man printet sozusagen, man lässt die Druckerpresse laufen und die Politiker haben sich einfach daran gewöhnt, aus diesem billigen Geldtopf, der förmlich kostenlos vor ihnen steht, alles Mögliche zu finanzieren. Leider halt nicht zukunftsweisende Ausgaben, sondern hauptsächlich eigentlich Eigenbedarf und, muss man auch dazu sagen, nicht in Infrastruktur gesteckt, nicht in eine Modernisierung des Staates gesteckt, nicht in Zukunftsausgaben hinein, sondern einfach nur, muss man so sagen, wie es ist, staatlich wirklich verprasst mit Ausgaben in Dimensionen. Unglaublich. Alleine der Militärhaushalt, über 850 Milliarden Ausgaben pro Jahr bei den Amerikanern mit Abstand, mit großem Abstand, das mächtigste Militär der Welt, also unglaublich, wo da das Geld hingeht. Wenn man sich das vielleicht noch ein bisschen zu Gemüte führt, der deutsche Bundeshaushalt, auch im Jahr 2023, circa 460 Milliarden. Das heißt, die Amerikaner haben in neun Monaten mehr Geld ausgegeben, 3000 Milliarden, also zusätzlich Schulden gemacht, oder haben mit 2200 Milliarden ein höheres Budgetdefizit als drei Jahre der Bundeshaushalt der Deutschen. Und da sieht man die Dimensionen und da sieht man auch, dass das wirklich extrem aus dem Ruder gelaufen ist. Und ich sehe hier auch keine politischen Kräfte, vor allem nicht in Amerika, die dem Einhalt gebieten. Wir haben wieder Wahljahr, jetzt im November wird der US-Präsident gewählt, die Amerikaner bringen es, also die Republikaner, die Demokraten bringen sich Stellung. Alle haben Steuerzucker mit für die Wählerschaft, weil die will natürlich auch etwas davon haben. Das heißt, der Zugriff auf das billige Geld, das wird weitergehen. Und wo das hinführt, das sieht man eigentlich oder zeigt uns die Geschichte. Es gibt ja Dutzende Beispiele von Ländern, die genau in dieser Art und Weise begonnen haben. Und eigentlich ist es immer auf dasselbe geändert. Also wir hatten Inflation, Verarmung breiter Bevölkerungsschichten. Gleichzeitig trotz mehr und höherer Ausgaben trotzdem ein weiterer Ruf nach dem Staat. Bitte lieber Staat, diese Vollkasko-Mentalität. Alle wollen etwas haben, weil wenn der andere Geld bekommt, möchte ich auch eines. Die Interessensvertreter sind da und, und, und. Und dann passiert halt eben auch etwas, diese, diese radikalen Randgruppen, die mit ihren Botschaften, sei es ganz links oder ganz rechts, die dringen halt immer weiter auch mit vor. Das alles einfach, weil, ja, ungeniert sozusagen in das staatliche Geldsystem eingegriffen wird und von dort sozusagen dauernd etwas herausgenommen wird, was eigentlich gar nicht da ist. Und da drängt sich einem als ordentlichen Bürger wie mich eine, eine kurze Frage auf, ja, warum, wenn sozusagen dauernd das Geld neu erschafft wird, warum muss ich dann als Bürger überhaupt noch Steuern zahlen, wenn, wenn hier dauernd sozusagen sowieso einfach hinten die Null dran gepatzt wird und die Druckerpresse am Laufen halt. So, die Auswirkungen von dieser ganzen Politik, die sieht man. Das sind sozusagen für alles, was werthaltig ist und da bin ich wieder mal beim Thema der Sachwerte. Bei den vier obligatorischen Goldmöglichkeiten, beim physischen Gold, bitte viele kleine Münzen, das ist sozusagen mein Steckenpferd, beim digitalen Gold, Bitcoin und Co., beim Firmengold, Aktien und beim Betongold, Immobilien, ja. Und wenn ich als Privater sozusagen in diese vier Sachwertkategorien, diese goldenen Sachwertkategorien mich gut aufstelle, ja, dann tangiert mich zwar schon diese Linie, ja, aber ich bin trotzdem aus meiner Sicht mit viel breiter und besser aufgestellt gegenüber all diejenigen, die jetzt glauben, okay, ich bekomme jetzt zum Beispiel wieder vier Prozent Zinsen, alles eitelwonne, super toll, ja, und lasse mein Geld auf der Bank liegen, das ist, glaube ich, da ist der Zug abgefahren, ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir, wenn wir da auf die Geschichte auch schauen. und ich habe da zwei interessante Zitate rausgesucht, die mich aktuell sehr stark bewegen, und zwar das erste ist Henry Ford, ja, der Henry Ford aus Amerika sozusagen, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh, bis sie nachdenken drüber, und das zweite ist, nichtsdestoweniger ist das Geldproblem bis in die jüngste Zeit eines der dunkelsten Kapitel der Volkswirtschaftslehre geblieben, Ludwig von Mises, der Austrian Economies, Theorie des Geldes und der Umlaufmittel, also wenn man sich das vor Augen hält, dass sozusagen dieses billige Zugreifen auf dieses billige Fiat-Geld, dieses immer noch mehr Schulden, Schulden, Schulden machen, und hoffen mit neuen Schulden die alten Problematiken zu lösen, das sehe ich komplett schwarz. Und das muss ich euch leider auch offen und ehrlich so sagen, dass ich das so sehe, nicht nur ich, auch viele andere Menschen, Ökonomen, wirklich schlaue Leute, die viel, viel schlauer sind als ich. Ich sage es einfach nur, auch hier auf meinem Kanal Rette Dein Geld sehr, sehr offen für alle, die es hören wollen und für alle, die sich da jetzt noch sozusagen aufstellen wollen, aber nicht genau wissen, wie soll ich anfangen, Was gibt es denn hier auch überhaupt? Wir leben im Jahr 2024, wir haben sozusagen mit dem Handy, mit dem Zugang zu Internet, mit Anbietern die Möglichkeit, eben uns hier bei diesen vier digitalen Sachwerteklassen noch aufzustellen, welche Anbieter es hier gibt, wie muss ich hier vorgehen etc., das könnt ihr auch bei mir erfragen, auch gratis mit einem jetzt kostenfreien Erstgespräch mit Kalendlead einzubuchen, bei mir einfach, gebe euch hier unten dann auch meinen Link dazu und ich denke, es ist jetzt noch ein bisschen Zeit, also wir sind wahrscheinlich am Beginn des Endgames, aber sozusagen die Zeit wird sich erkauft mit diesem billigen Geld, das immer mehr und immer häufiger auf den Markt raus muss und deswegen sehen wir ja auch All-Time-Heis, die sich sozusagen die Klinke in die Hand geben, bei den Börsenindizes da draußen, beim Firmengold, bei Gold in Euro gesprochen und in US-Dollar nähert sich dem Peak deutlich über die 2.000 Dollar Marke pro Unze, Bitcoin in Euro, heute All-Time-High, in US-Dollar werden wir ihn bald haben, also das alles kommt ja nicht von ungefähr, der Immobiliensektor ist ein bisschen gebeutelt, wobei da wurde schon ziemlich viel eingegriffen in den Immobilienmarkt mit dem billigen Geld, das möchte ich vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, das heißt, diese vier Kategorien, Leute, die gilt es zu beachten und sich wirklich damit zu beschäftigen und das muss auch nicht eine Doktorarbeit in Finanzmathematik sein, sondern da reicht es einfach, den richtigen Anbieter auszuwählen und sich sozusagen auch mal hinzusetzen und einmal zu schauen, okay, wie bin ich aufgestellt, wie schaut das aus, habe ich vielleicht schon eine Eigentumswohnung, dann kann ich sozusagen das Betongold abhaken, dann sollte ich mir für die anderen drei Goldteile sozusagen einfach einmal auch einen Spezialisten holen, der mir dabei hilft, das Setup einzurichten, das ist in der heutigen Zeit kein so ein großes Malheur, da helfe ich euch gerne weiter. Da bin ich bereit dazu, schreibt mir einfach rein, bucht rein den Termin und wir sprechen alles Weitere ab. In diesem Sinne, bleibt hier bei Rettet ein Geld dabei, liked den Beitrag, sagt es auch weiter, schickt es weiter etc., weil das ist ganz, ganz wichtig und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute, bis zum nächsten Video hier, Berettet ein Geld mit mir, Matthias Reda. Ciao, pap 4-5-2-3-7-8-7-8-8-3-7-8-3-4-6-7-8-8-8-8-8-8.